Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zur Gewinnspielauslosung von Metro Last Light. Ähm, ja, erstmal sorry, dass das Video heute erst rauskommt, denn ich hatte gestern wirklich keine Zeit dafür. Ähm, dafür kommt's heute, ja, freut euch drauf. Und, ähm, wie ihr schon erkennen könnt, wir haben 14 Teilnehmer ja angefangen bei Nummer 1, das ist der älteste Kommentar. Und aufhören tun wir natürlich logischerweise bei Kommentar 14, das ist der neueste. Ich weiß nicht, ob ich zweimal neueste gesagt habe, egal. Ähm, und wir befinden uns natürlich wieder auf der Seite random.org, so wie ich eigentlich jedes Gewinnspiel von mir mache. Und da geben wir natürlich ein, logischerweise 1 bis 14, ja, und dann wünsche ich allen Teilnehmern nochmal ganz, ganz, ganz viel Glück. Und dann klicke ich auf Generate in 3, 2, 1 und der Gewinner ist 10, der Constiffy. Herzlichen Glückwunsch. So, du hast gewonnen Metro Last Light. Applaus, ja. Äh, ich verlinke dich unten in den Kommentaren und bitte antworte doch innerhalb von 3 Tagen, ja, ansonsten wird ein Re-Roll gemacht. Und, äh, ja, was gibt's noch zu sagen? Dankeschön an die anderen, die mitgemacht haben. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Zurück. Zurück. Vielen Dank.